Heyo, herzlich willkommen. Wir haben ein paar fantastische News heute aus dem letzten Insights for Citizen. Zuerst ging es um Mounted Guns. Also das wird uns demnächst erreichen. Diese Art von Waffe, die man irgendwo aufstellen kann, die irgendwo am Boden sein wird. Ich konnte nicht raushören, wie jetzt wir diese Sachen platzieren. Ob wir die überhaupt platzieren können oder ob die einfach in der Welt verteilt werden. Falls ihr da mehr rausgehört habt oder mehr wisst. Schreibt es gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren und bestimmt auch andere Leute, die dieses Video hier gucken. Vielleicht weiß CIG das auch selbst noch nicht so ganz. Sie haben aber auf jeden Fall ein besonderes Design hier. So mit den Rundungen drin. Das ist was, was offenbar, ja, Statikern, nicht Statikern, aber Ingenieuren ein wenig aufstößt. Dieses ganze Design. Habe ich vernommen. Aber an sich funktioniert das offenbar ganz cool. Es ist Sci-Fi, das passt schon irgendwie. Wir werden am Anfang nur diese Minigun hier bekommen. Wir werden keine andere Version bekommen. Keine Laser, Mounted Gun oder irgendwas. Das wird die erste sein. Natürlich später kommen dann noch mehr dazu. Es gibt zwei Feuermodi, wenn man so will. Einmal steht man einfach nur normal dran und kann das so ein bisschen drehen. Und das ist ein bisschen verzögert, nicht so präzise. Und dann kann man reinzoomen und hat dann auch das Visier und eine 1 zu 1 Übersetzung mehr oder weniger von den Inputs. Es soll sich aber auf jeden Fall träger anfühlen, so ein Ding zu verwenden. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Es scheint zu funktionieren. Ich war ein bisschen erstaunt so. Vorher habe ich nicht viel davon gehört. Jetzt kam hier Mounted Guns und ja, okay, gut. Haben wir Mounted Guns. Was viel spannender ist, hier am... Achso, übrigens, ich weiß nicht, wie man die platziert oder ob die in der Welt verteilt werden. Dazu wurde nichts gesagt oder ich habe es nicht mitbekommen. Falls ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Auf jeden Fall ging es dann weiter mit Force Reactions, denn aktuell haben wir mehr oder weniger zwei Arten von Force Reactions. Einmal die, man wird direkt umgeschmissen oder man bewegt sich nur so leicht oder man zittert so leicht. Und jetzt gibt es dann bald auch ein Staggered State. Also, man wird wirklich ein Stück zurückgeworfen, man fällt nicht ganz oben, aber man, ja, man wird auf jeden Fall ein bisschen mehr blockiert. Und das ist quasi wie die Mittelstufe. Und ich finde, es sieht auf jeden Fall auch cool aus. Hier offenbar bei ein paar schweren Manövern wird sich durchs Schiff bewegt. Ähm, das also zu Force Reactions. Dann ging es weiter mit dem Cargo Trolley. Also mit, ja, einer Platte mit vier Rädern dran und dann schiebt man das Ding durch die Gegend und kann irgendwas draufpacken. Und, pass auf, merkt euch mal bitte, merkt euch mal bitte nur das hier? Wie das hier so wackelt. Okay, das wird gleich noch wichtig. Ähm, an sich funktionieren die Teile offenbar ziemlich gut, ziemlich cool. Im PU wird das natürlich wieder eventuell nicht ganz so gut funktionieren. Es ist physikalisch irgendwie korrekt, wie sich die Räder unten drehen und alles. Das ist eine nette Sache. Ähm, viele von euch halten bestimmt, wie ich, ähm, eher damit gerechnet, dass es irgendeine Art schwebende Plattform gibt, auf der man das transportieren kann. Womit CIG dann Sachen umgeht, wie unregelmäßige Oberflächen oder so. Aber, letztendlich, das Ding kann nicht kaputt gehen, das Ding braucht keine Energie. Warum sollen sie es nicht auch noch in 900 Jahren sowas verwenden? Äh, ich finde, das macht total Sinn. Ich würde mir natürlich noch eine Hover-Variante wünschen. Das wäre schon cool, jetzt vor allen Dingen, wenn man über unebene Gelände vielleicht mal rüber muss. Ähm, oder damit man auch die Höhe so manuell anpassen kann, wenn man es irgendwo nach oben reinfliegen will. Das wäre irgendwie ganz nett. Aber an sich funktioniert das Ding. Und jetzt kommt das hier. Und da, da werde ich, ich war komplett hyped. Ich war komplett hyped. Ich habe mir aber das Ganze hier ein paar Mal angeguckt. Und irgendwann ist mir so aufgefallen, warte mal kurz. Physikalisch korrekt ist ja erstmal cool. Und dass da die Sachen so runterfallen können, wenn man irgendwo dagegen stößt. Aber jetzt erinnern wir uns an diesen Huckel da am Anfang. Und das war auf einem Landingpad. Dieser kleine Huckel. Und wie dann alles rumfliegt. Und dann ist die ganze Idee von diesem Ding schon fast wieder sinnlos. Weil wenn ich die Teile alle drei Meter wieder alle aufsammeln muss, weil kein Cargo-Grid auf dem Ding ist, ist das wieder ziemlich schade. Ähm, ja. Ja, das ist aber nur mein Gedanke jetzt. Vielleicht wird es im PU ja ganz anders. Aber meine Vorstellung davon ist jetzt zu diesem Zeitpunkt, man stellt da seine Boxen drauf, weil das effizienter ist, als die per Hand zu transportieren. Dann fährt man einen Meter. Dann ruckelt irgendwas. Oder ein Stein. Oder es klippt irgendwie. Und dann springt das Ding hoch. Und überall werden die Boxen verteilt, die man drauf hatte. Und man muss die alle wieder einsammeln. Und das macht man dreimal auf dem Weg zum Schiff. Äh, was ich echt schade fände. Was ich echt, echt schade fände, wäre besser, wenn... Also ich glaube, es wäre besser, auch wenn es vielleicht nicht so das Realistischste ist, wenn hier ein richtiges Cargo-Grid drauf ist, wie bei Schiffen, wo man die Boxen drauf platziert. Und dann sind die da wie angegortet. Wie magnetisch gesichert. Oder es gibt halt irgendwann nochmal Versionen davon, wo die irgendwie wirklich gesichert sind. Irgendwas. Das fände ich, glaube ich, ein wenig schöner. Aber an sich ist das eine coole Sache. Und ich glaube, da werden wir sehr viel Spaß damit haben. Das ist so eine Sache, die dann vermutlich jeder in seinem Schiff haben wird. Also zumindest in den Frachtern wird jeder so ein Ding dabei haben, weil es einfach praktisch ist. Und in unterschiedlichen Größen. Ich finde es toll. Da haben wir eben Dickes gesehen. Jetzt ist hier ein schmaleres. Es gibt die ganz kleinen, ganz groß. Und diese Technik kann natürlich auch für andere Sachen verwendet werden. Also für andere Dinge und Objekte, die man durch die Gegend schiebt. Das ist also an sich eine coole Sache. Ja. Aber hier seht ihr es. So, das hat er auch ein bisschen unglücklich platziert. Muss man auch sagen. Edward, vielen Dank für dein 8-monatiges Abo. Also Edward, jetzt ist ja 8 Monate dabei. Vielen Dank. Ich bin heute nur kurz da. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich wünsche dir aber auch einen schönen Abend. Was auch immer du da noch machst. Ähm, genau. Also. Auch hier schon, die ganzen Sachen bewegen sich. Also man sieht hier eindeutig, da ist kein Cargo-Grid drauf. Hier, da hat Mozart neulich einen sehr lustigen Gag gemacht. Er hat gesagt, diesen Leiterwagen, den braucht man ab sofort bei jeder Mercury-Star-Runner, damit man an das Pad kommt, um die Rampe zu öffnen. Denn jeder, der von euch eine Mercury hat, oder sie schon mal gesehen hat, schon mal in sie einsteigen wollte, dem ist vielleicht aufgefallen, dass der Knopf, um die Luke zu öffnen, um die Frachtrampe zu öffnen, ungefähr 4 Meter hoch ist. Also 4 Meter in der Luft ist. Äh, deswegen braucht man so ein Ding auf jeden Fall ab sofort. Das, ja, kann man ja einfach Rampe auf. Man schiebt das Ding dann rein. Wenn man aussteigt, nimmt man es wieder mit raus, damit man dann die Tür wieder aufmachen kann. Ja, und schon ist der Realismus wieder gegeben. Und die Mercury-Star-Runner ist eigentlich dann auch perfekt. Ähm, durch diese Leiter. Aber ich finde das cool. Ich würde so ein Ding so oder so immer dabei haben. Schöner Leiterwagen, damit man oben auf die Schiffe drauf kann, um da Wartungsarbeiten durchzuführen oder so. Also ich finde das eine richtig schöne Angelegenheit. Äh, genau. Wie gesagt, das Einzige, was ich als Problem sehe, ist, dass man oft in Star Citizen über irgendwelche Hucke... Ich meine, auf der Testfläche hier ist klar, dass man da nicht unbedingt über irgendwelche Kleinigkeiten drüber huckelt und das klippt. Und hier ist natürlich auch die Performance besser, als dann auf einem Live-Server. Ähm, ich hoffe sehr, sie haben es auch auf solchem steinigen Gelände wie da hinten getestet. Und das wird einfach gut, wenn es im Spiel ist. Ich finde aber die Idee an sich super toll. Und ich finde es cool, dass sie es so umgesetzt haben. Ähm, wie gesagt, ein bisschen mehr Varianz vielleicht noch, dass man noch so ein paar Sachen reinbekommt oder irgendwas. Vor allen Dingen auf den Leiterwagen freue ich mich. Und man kann natürlich sowas machen. Und auch hier, natürlich, dann wieder die Frage, können wir die Dinger dann irgendwo kaufen und dann wirklich auf so einem Teil platzieren? Weil das wäre richtig cool. Äh, ich hoffe einfach mal, das ist dann so. Aber dazu wurde, soweit ich das mitbekommen habe, nichts gesagt. Also, ich rede von den Mounts hier, von diesem Mounted-Gun-Zeug. Aber es ist schön, dass man dann verschiedene Sachen damit machen kann und ein bisschen rumexperimentieren kann. Und schwuppsiwupp hat man quasi einen, ähm, einen Cyclone mit Torrid. Nur halt ohne Cyclone und anders. Egal. Dann, äh, ging es weiter mit Docking. Mit der Docking-Schläuse, denn die, dafür gehen wir mal hier, hier hin, die ist jetzt in der Final-Art-Phase. Das bedeutet, die sieht jetzt nicht mehr ganz so, ja, unschön aus. Sie fängt an, langsam richtig schön auszusehen. Das ist noch nicht komplett final, final, aber sie ist jetzt in der Final-Art-Phase. Das bedeutet, jetzt wird's finalisiert. Jetzt kommen noch die Animationen. Also, die Animationen werden fertig gemacht. Alles wird so gemacht, dass es wirklich auslieferbar ist und dann mit 3.13 kommen kann. Ja, hier unten sieht man noch ein bisschen Clipping eventuell oder so, aber an sich scheint das Ding zu funktionieren und das war offenbar ein ganz guter Prozess, den sie da hatten, weil sie sind damit jetzt ja relativ gut vorangekommen. Dann erwähnen sie hier diese Pflanze, die man aufsammeln kann, die mit 3.13 kommt. Okay, gut. Ich will mich nicht beschweren, eine Pflanze mehr ist jetzt nicht schlecht. Ist nicht schlecht, ist jetzt nicht so spannend, aber ist nicht schlecht. Und danach ging's weiter mit Lyria, denn Lyria bekommt ein Update bald und wird ein bisschen schöner aussehen, damit waren sie vorher nicht ganz zufrieden. Jetzt wird Lyria ein bisschen den Look verändern, ein bisschen das Aussehen verändern und dann eben im Großen und Ganzen ein wenig schöner. Außerdem bekommt Hurston ein paar Korallen ans Meer. Nicht ganz so viele, wie sie jetzt hier angezeigt werden. Das haben sie nur testweise mal hingemacht. Und Seesterne. Auch die nicht final. Also Hurston bekommt offenbar Seesterne an die Säuremeere, also das sind ja Säuremeere oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall eigentlich nicht lebensfreundlich, aber irgendein Vieh hat da auf jeden Fall überlebt und sieht Seestern ähnlich aus. Nicht wie gesagt das hier. Ist nur ein Platzhalter. Wird ein Space-Seestern dann. So wurde es gesagt. Space-Seestern. Also anders auf jeden Fall. Auf jeden Fall anders. Ja. Sie gibt ja immer mal visuelle Updates und jetzt hier eben für Hurston und Lyria im Speziellen. Dann Colonial Outposts. Da sind sie jetzt am Blockouten. Also quasi die Sachen, wo man dann drin leben kann. Vielleicht auch Spieler. Erstmal vermutlich NPCs. Ja. Und sie gucken da ein bisschen, was für Module können wir da noch machen? Wie können wir es aneinander setzen? Ganz, ganz cool finde ich den Entwurf der Garage, in die lockern Urza Rover vermutlich auch wesentlich mehr reinpasst. Sie überlegen so ein paar Assets, die drum verteilt werden können, draufgesetzt werden können und so weiter und so fort. Also, ja. Das ist jetzt noch nicht final natürlich alles. Es ist ein Blockout. Das bedeutet, darauf basierend wird dann, wenn sie zufrieden sind, weiter dran gearbeitet und das hübscher gemacht. Es erinnert sehr, sehr an Tatooine alles. Also an diesen Star Wars Gebäudelook von Tatooine. Vor allen Dingen, wenn wir gleich noch mal die Texturen und so mit draufsehen, mit denen sie gerade probieren. Ja, es ist immer nicht es ist nichts hiervon final. Das wollte ich nur sagen. Und sie experimentieren mit ein paar Ideen, die sie da halt einbauen können. Wie zum Beispiel so ein Pit, wo man drin sitzt. Also so da, da sieht man es, so ein Loch, in dem man drin sitzt. Finde ich ganz nett, aber das ist jetzt... Es ist halt, ja... Es sind Quartiere und es werden vielleicht Quartiere, die viele von uns mal bewohnen werden. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nur NPCs. Wer weiß. Hier sieht man jetzt die Toiletten-Sektion mit sehr vielen Leuten, die da drin stehen. Und ich denke, spätestens jetzt wisst ihr, was ich meine mit Tatooine-Stil. Das fällt sofort auf. Vielleicht machen sie da noch ein bisschen was anderes. Die Dinger sind ja gigantisch, diese Gebäude. Wichtige Kleinigkeit hier ist, dass das das erste organischere Gebäude wird. Das sind die erste organischere Struktur. Denn, hier sieht man jetzt ganz eindeutig, da folgen nicht harte Kanten auf Kanten, genietet, metall, eckig, sondern das sind Baumaterialien, weil es wirklich Wohnungen sind oder Quartiere auf einem Planeten, die dort gebaut wurden. Das sind keine Module, die da hingesetzt wurden, sondern das sind quasi wirklich Strukturen, die dort errichtet wurden. Und das finde ich eine ganz spannende Angelegenheit, weil das wirklich nochmal ein bisschen mehr Abwechslung ins Wurst bringt. Eigentlich nichts Besonderes, aber in Star Citizen tatsächlich schon, denn sowas haben wir wirklich bisher nicht. In Star Citizen gibt es keine Fachwerkhäuser, Lehmhütten oder irgendwas. Da gibt es nur metallene Strukturen eigentlich bisher. Und da ist so ein bisschen Abwechslungsreicheres Material dann doch mal ganz spannend. Hier sehen wir jetzt das Hospital von New Babbage, an dem sie gerade arbeiten. Also offenbar kommt da was auf uns zu, eventuell. Man wird ja auch Madpens kaufen können, vor allen Dingen am Anfang. Ich weiß nicht, ob da noch besonders viel anderes am Anfang dann mit passieren wird oder ob das einfach nur eine Location zum Besuchen sein wird, bis dann Death of a Space mehr nur die ganze Medical Mechanik mit reinkommt, die ganze Respawn Mechanik überarbeitet wird. Und das hier ist jetzt Horizon, das Horizon Hospital. Also sie arbeiten quasi parallel, hier sind sie noch ein bisschen weiter entfernt, an dem Horizon Hospital und an dem New Babbage Hospital. Beides kommt natürlich noch nicht. Und zu guter Letzt auch eine spannende, eine wirklich spannende Sache, das Montreal Studio. Sie haben ja ein neues Studio in Montreal gegründet, zusammen mit Turbulence. und dort werden jetzt oder wurde jetzt diese Javelin-Location gebaut, testweise, so um das Studio zum Laufen zu bekommen, um die mit den Prozessen vertraut zu machen, haben die eben ein neues Javelin-Frag errichtet hier. Ich denke, das ist auch Dayma und ich denke, das wird uns auch eventuell in der oder einer anderen Form irgendwann auf Dayma erreichen. Ich finde, das sieht okay aus. So, das ist jetzt nichts, was mich krass umhaut. Wir hatten vorher schon einen Javelin-Frag. Das hier ist jetzt auf jeden Fall besser, ist auf jeden Fall hübscher, es sind mehr Details drin. Es ist wie so eine kleine Stadt auch reingebaut, das sind alle Sachen, die es in dem anderen Javelin-Frag nicht gab. Es ist jetzt aber auch nichts, was mich krass umhaut. Vermutlich einfach, weil man den Look schon kennt. Den grundsätzlichen Look kennt man einfach schon und ich denke, viele von euch erinnern sich ja noch damals an die Homestead-Demo, ich glaube, so hieß sie, wo man auf eine, wo es das erste Mal auch so einen ganz Planeten mit Missionen und Javelin-Frag gezeigt hat und das erinnert sehr an das Javelin-Frag aus dieser Mission, wo ein bisschen was gebaut wurde und so und ein bisschen was schon verändert wurde. Bin aber auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich darauf, diese Location dann möglicherweise auch zu besuchen und bin gespannt, was uns von diesem Montreal-Studio noch so erwartet. Die bauen ja, glaube ich, hauptsächlich Locations dann. Also die liefern dann den Location-Content, wenn man so möchte. Also ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Es wird noch ein weiteres Video geben, in dem ich über Inventare rede, denn da gab es richtig geile Informationen zu. Schaut euch das auf jeden Fall an. Einfach wirklich eine spannende Thematik und CIG hat einen Plan. CIG hat, was das angeht, echt einen Plan. Dazu aber dann in dem anderen Video. Danke fürs Zusehen. Hinterlasst dem Video hier gerne ein Like und mehr ein Abo, falls ihr das noch nicht getan habt. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020